Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Trier, heute zur zweiten Folge sozusagen. In der zweiten Folge habe ich gesagt, wollte ich mich auf die Sehenswürdigkeiten nach den Römern beschränken. Und ja, hier stehe ich jetzt im Hof der Benediktinerabteil St. Matthias. Ich habe hier nicht um Erlaubnis gefragt zu drehen, deswegen bleibe ich nur im Hof stehen und zeige euch die Kirche nur von außen. Und ich finde sie von außen schon sehr beeindruckend und möchte euch nur sagen, hier ruhen die zwei Gründerbischöfe vom Bistum Trier. Die Abteil heißt St. Matthias, weil hier einer der zwölf Apostel ruht, nämlich Matthias. Und die Kirche trägt den Ehrentitel Basilica Minor. Das war schon alles von hier. Allerdings möchte ich euch für den Rest des Videos noch viel Spaß wünschen. Hier stehe ich jetzt im Innenhof zwischen kurfürstlichem Palais und der Konstantin Basilica. Die Konstantin Basilica wurde von Kaiser Konstantin erbaut oder erbauen lassen. Und das war damals so sein, sein Thronsaal, da hat er Audienzen abgehalten. Und wie das Kaiserliche Palais dann genau drankam und ab wann es erbaut wurde, erzähle ich euch jetzt im folgenden Video. Aber ich muss noch erwähnen, hier das alles, auch der Barocksaal, von dem ich euch gleich Bilder zeigen werde, ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und für mich wurde jetzt aufgrund des Videos eine Aufnahme gemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Irgendwann ist die Basilica mal ausgebrannt, da standen dann nur noch die Wände. Und die Trierer Bischöfe haben daraus dann ein burgähnliches Etwas gemacht. Und im 17. Jahrhundert haben die Kurfürsten dann die Südwand, also die, die jetzt zum Park hin zeigt, und die Ostwand, das ist die, die jetzt im Innenhof ist, abgerissen. Also es stand dann nur noch die Westwand. Da kann man auch heute noch in den Fenstern römische Putzreste sehen und die Absis, die stand noch. Das war dann in einem Komplex alles inbegriffen. Aber das wurde dann irgendwann, hat man beschlossen, das wieder aufzubauen. Und es wurde dann der evangelischen Kirche auf Ewigkeiten gegeben. Und es ist halt heute die evangelische Kirche zum Erlöser. Und zum Kurfürstlichen Palais gibt es zu sagen, dass es den Kurfürsten bzw. den Fürstbischöfen als Residenz diente. Unter Napoleon, nach der Enteignung, wurde es auch mal als Kaserne genutzt. Und heute sind verschiedene Behörden untergebracht da drin. Deshalb ist es auch eigentlich nicht für die Öffentlichkeit zuständig. Und ja, was ich hier von innen euch gezeigt habe, das ist das Barocktreppenhaus und der Saal. Und der Palastgarten ist ein Park und damit aber der Öffentlichkeit zugänglich. Also immerhin der Park. Was mir auch gut gefallen hat, also welcher Bereich von Trier, das war der Hauptmarkt. Da sehen wir einmal das Marktkreuz, welches von Erzbischof Heinrich I. verliehen wurde. Und das ist nicht mehr das Original, das steht nämlich im städtischen Museum Simeons Stift. Und die Säule, die wurde damals auch als Pranger genutzt. Dann seht ihr das Haus Steipe. Das ist das gotische Haus. Das wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, aber 1968 bis 1970 originalgetreu wieder aufgebaut. Genauso wie das rote Haus. Das wurde ebenfalls komplett zerstört und auch originalgetreu wieder aufgebaut. Dann seht ihr den Kirchturm von der Kirche St. Gangolf. Das ist nach dem Trierer Dom wohl die älteste Kirche der Stadt. Und die ist komplett von Häusern umbaut. Und man kommt nur durch so ein kleines, ich glaube gotisches Portal heißt das. Kommt man da ran. Und außerdem steht auf dem Marktplatz, auf dem Hauptmarkt noch der Petrusbrunnen, der, die Figur obendrauf, das ist der Stadtpatron Petrus. Und der diente damals, also der Brunnen, der Brunnen diente damals zur Wasserversorgung. Ebenfalls am Hauptmarkt findet ihr die Löwenapotheke, welche die älteste Apotheke Deutschlands ist. Dann seht ihr hier jetzt den St. Georgsbrunnen. Der steht auf dem Kornmarkt in der Trierer Altstadt. Der ist vom selben Erbauer, der das Kurfürstliche Palais gebaut hat. Der ist etwa elf Meter hoch. Der wurde damals durch Luftangriffe schwer beschädigt. Große Teile mussten sehr aufwendig also restauriert werden. Und ursprünglich stand er an einem anderen Platz. Hier seht ihr jetzt das Geburtshaus von Karl Marx. Das wurde erbaut 1550. Und Karl Marx ist da drinne geboren am 5. Mai 1818. Dann noch so ein paar Fakten über die Stadt. Zuerst zur Stadtmauer. Im 13. Jahrhundert wurde ein Mauerring um die Stadt gebaut, in dem die Ruinen der Kaiserthermen und der Barbarathermen als Eckbastionen einbezogen wurden. Allerdings vergrößerte sich dann die Stadt im 19. Jahrhundert auch außerhalb der Stadt, also über die Stadtmauer hinaus. Und dann wurde in den Jahren 1820 und 1875 eine Mahl- und Schlachtsteuer eingeführt, die auf alle eingeführten Mehl- und Metzgerprodukte erhoben wurde. Die Bevölkerung, die wünschte sich allerdings irgendwann einen Abriss der Stadtmauer und dem wurde dann auch ab 1876 stattgegeben. Allerdings hat das fast 100 Jahre gedauert, bis die Mauer weg war. Und dann zur Universität. Es gab bereits im Jahre 1473 eine Universität. Allerdings wurde die unter Napoleon wieder aufgelöst. Dann wurde im Jahre 1970 erneut eine Uni gegründet. Erstmal als Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern. Aber seit 1975 ist die Uni selbstständig. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere interessante Sehenswürdigkeiten in Trier. Aber ich kann halt nicht alles zeigen, weil das sprengt einfach den Rahmen. Dann kommt allerdings in etwa anderthalb bis zwei Wochen noch ein Video über den Trierer Dom als Extra-Video. Und dazu wollte ich noch sagen, dass ich total interessant fand, dass Trier trotz hartnäckiger Versuche der Reformation überwiegend katholisch blieb. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in etwa anderthalb bis zwei Wochen dann bei dem Video über den Dom wiedersehen werden. Ich habe leider ein Abschiedsvideo vergessen zu drehen. Deshalb verabschiede ich mich jetzt so hier. Bis bald! 2 Untertitelung des ZDF, 2020